Heute hier seht ihr, wie mein Sohn mal wieder meint, einen Menschen zusammen zu prügeln, weil er nicht das Auto gibt. Hallo, du haust daneben. Das ist leider doch weg. Pass auf, nicht auf einmal wieder die Polizei hinter dir steht. Dann kannst du stehen, aber vielleicht vor dir. Und das fährt ja los. Mal schauen, wie viele Ampeln er diesmal mitnimmt. Jetzt noch wird bestehen. Hör auf zu hupen. Auto von vorne, aufpassen. Okay, jetzt hat er Durchblick. Jetzt hat er nur noch eine Lampe. Laterne fällt um. Ding. Das ist die gute alte Lotka.de. Da macht er jetzt eine Bunkten. Oh, das ist schön. Jetzt fährt er ohne Lampe. Na toll. Hallo, mein Auto hinter dir. Pass auf, Vollpfosten. F. Der Basti kommt. Du, das macht keinen Platz. Hallo, du fährst mich gleich an, du Affe. Hallo, du fährst mich gleich an, du Affe. Ja. Und wenn es wieder legt, dann haben wir die Schnurz voll. Guckst du dir jetzt mal ein bisschen auf YouTube. Da flog die Mutter auf. Wer einer sich findet, mir bitte vorbeibringen. Danke. Du, da stand Lateinenfall. Hast du ihn hekt? Das war das Auto beschimpft. Ja, ne. Ja. Hast du das Auto? Du kannst ja mal hingehen. Wenn es heiß im Hintergrund wird, dann weiß ich Bescheid. Ich steck wurde. Und es qualmt. Alle Raucher bitte herkommen. Hauswand. Und Lateinen. Ja, ja. Lohnt sich, ne. Ja. Ja. Baunt. Kommt auf, halt. Hallo, du fährst. Ja, dann würde ich mal weggehen. Hallo, es wird sonst heiß am Hintern. Hüa. Jetzt aber. Tschüss. Hallo. Der Hintern brennt. Die Reifen brennen. Und gleich mal ist Kaboom. Wow. Was für. Oh, jetzt wird Heike. Kannst du noch mal im Auto einsteigen? Vielleicht wird es ein bisschen farbopopo. Aber was? Die Rüe. Oh nein, du bist echt fein. Hm. Du gehst jetzt nicht zur Polizei und steckst ins Auto. Kann ich doch in den Auto fliegen? Nö. Was? Oh, ist der blöd. War heiß am Po? Nö. Weißt du, ist doch scheiße. Oh, au. Bohlen, hilf mir doch. Es heißt nicht Bohlen, was ist Jan? Es heißt Polizei. Was steht da? In dem... In dem... Zum Rechtschacht. So. Jetzt fühl dich wieder auf. Da passt die nicht mehr lange, weil mein Finger tut weh und ich muss gleich noch meinen Kaffee austrinken. Und ich muss noch mein Bad machen. Und ja. Du, hast das Auto nicht gesehen? Ab zum Augenarzt. Die Polizei steht hinter dir. Ich steig jetzt in das... Wie blond bist du denn? Steigst ins Auto, während hinter dir die Polizei steht. Naja, du hast ja auch ein Ding anzulaufen. Es war ein Mensch, der wollte noch zu seiner Mama und Mittagessen. Gut eingeparkt. Und zu gutem Herzen dreht er sich im Kreis. Die Lampe fiel runter. Es war ein Scheiß. Hallo, es ist ein Park, wo du jetzt losfährten. Pass auf! Zaun! Vorsicht, Lampe! Also, wenn Bastian jetzt nicht aufgeräumt hat. Da kommt eine Kurve. Aufpassen! Haus! Ich habe die Dampel nicht zu sehen gefunden. Meinst du, das Taxi bringt dich jetzt da hin, wo du hin willst? Aber wenn man das die Bohlen abgehangen.